Dieses Mal erwähne ich den Dresch-Pop-Terror. Draling, Dresch-Pop-Terror, yeah! Manche YouTuber kennen ihn ja, weil, ähm, sie Musik gemacht haben für ihn. Nein, Quatsch, sie haben keine Musik für ihn gemacht. Sie haben, warum hab ich heute mein Kopf? Sie haben auch keine Musik für ihn gemacht. Sie haben ein Musik-Video für ihn gemacht. Die Mussorini hat ein Musik-Video gemacht. Irgend so einen anderen Typen hab ich mal gesehen, der hat auch ein Musik-Video für ihn gemacht. Ja, sogar ich hab für ihn mal ein Musik-Video gemacht. Für den gelieben Dresch-Pop-Terror. Denn er macht ja Dresch. Und wenn ich mal was mit Dresch zu tun hab, ja, für den schlägt mein Herz doch doppelt so schnell. Mein Herz, genau. Ähm, und dieser Dresch-Pop-Terror, der hat 2008 sowas wie ein Pin-Up-Kalender gemacht. Also auf alle Fälle, er hat halt sowas, er sucht halt Models, die sich mit Dresch-Pop-Terrors Merchandising-Produkte ablichten lassen. Und die schicken ihm dann halt die Fotos und der macht das auf seine Homepage mit dem Motto, Miss Dresch-Pop-Terror April oder Miss April, Miss Mai, Miss Juni, Miss September. Und 2008 hatte er nicht den ganzen Monat voll. Also er hatte nicht wirklich zwölf Leute zusammengekriegt, die sich mal mit Merchandising-Produkten von ihm fotografieren lassen haben. Ja, also das will man aufrufen. Das muss sich doch 2009 ändern. Das kann doch auch nicht 2009 auch so ein schlaffes Jahr sein. Kommt Leute, schreibt ihn einfach mal an und sagt, ich mach auch Fotos von mir. Und ihr kriegt als Dank sogar Stickers von ihm. Die schickt er euch einfach zu. Mir hat er sie auch zugeschickt, weil ich mich ja auch ablichten lassen hab. So, ne schönen Sticker bekommt ihr. Das sind die, das ist übrigens Dresch-Pop-Terror. Ich halt das mal ganz elegant in die Kamera. Ja, mach ich das richtig? Ja, genau. Dresch-Pop-Terror. Man sieht ein Playmobil-Männchen und irgendwie so ein Sozialismus-Zeichen mit sehr viel mehr Strahlen als sonst. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, Dresch-Pop-Terror. Nächstes Thema, äh, kein Künstler. Wo wir gerade bei keinem, kein... Blah, 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 blah. Blah, 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 blah.